Ja, lange hat es gedauert. Ich konnte es aber selber kaum glauben. Endlich ist er da, der Affinity. Da bin ich mal richtig gespannt. Gestern nach Feierabend ist er gekommen. Jetzt werfen wir mal einen Blick drauf. Heute wollen wir euch einmal informieren über die Ankunft des neuen Affinity. Quick and Dirty, wie man so schön sagt. Einfach nur kurz ein paar Aufnahmen gemacht. Ihr könnt euch das ganze aber auch live hier vor Ort anschauen. Kommt einfach vorbei. Wir freuen uns auf euren Besuch. Und da steht er in voller Pracht. Hier bei uns, bei Dümo, etwas ganz Besonderes aus der Kastenwagenwelt und ich glaube mit allerlei Spielereien. Ich habe gerade schon festgestellt, macht man die Tür auf, öffnet sich die Trittstufe automatisch und so sieht das Prachtstück dann von innen aus. Ja, ab sofort bei der Firma Dümo hier, der Affinity und wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt, euch das Fahrzeug anschaut. Wir haben natürlich auch noch jede Menge andere Fahrzeuge hier. Insbesondere der Marke Pössl. Und da stehen die Fahrzeuge mal wirklich im Vergleich und ihr könnt jederzeit vorbeischauen. Auch jetzt am Feiertag und auch am kommenden Sonntag haben wir im Rahmen eines Schautags von 11 bis 16 Uhr geöffnet und wir freuen uns über euren Besuch. Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig, bei DümoTV. Ich freue mich! Wir freuen uns уanden, wenn du siehst.